Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 92 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.850 Euro pro Monat. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017